Das ganze Leben lang, durch verschiedene Handlungen, Wünsche und so weiter, reduziert man die ungeheuer komplexe Lebensenergie auf ein schmales Gleis. Und dieses schmale Gleis ist das Ich. Mein Kampf, meine Freude, mein Leid. Diese ungeheure Lebensenergie wird auf ein winziges Gebilde reduziert. Man ist sich all dessen nie bewusst. Dieses Isolationsprozesses im täglichen Leben, durch Ehrgeiz, durch Aggression, wenn man nur für sich etwas tut, seine eigenen Wünsche verfolgt. Das hat diese enorme Energie auf diesen winzigen Punkt reduziert. Sorrow, is it an indication – please listen – und ist Leid ein Hinweis, das dieses außerordentliche Gefühl der Trennung betont. Können Sie dem folgen? Können Sie dem folgen? Ist es zu schwierig? Wir sprechen nicht in abstrakten Begriffen, in Theorien, weder theologisch noch theoretisch. Wir sprechen darüber, wie wir diese Sache ganz praktisch beenden können, diese enorme Last, die der Mensch trägt. Leid könnte ein Hinweis sein, dass Abhängigkeit und Bindung Korruption bedeuten, und der Tod auch eine Form der Korruption ist. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen.